UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Weiß außer den Ärzten jemand Bescheid? Wenn Sie einverstanden sind, biete ich Ihnen meine Hilfe an. Allerdings müssten Sie dafür Ihrem Vaterland einen Dienst erweisen. Ich bin übrigens Gretel. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du Jüdin bist? Es geht hier um Sport und nicht um Politik, meine Herren. Es geht darum, das eine mit dem anderen zu verbinden. Perfekt, Gretel. Sehr gut, Gretel. Weiter so Gretel. Du hast ja selten blöde Schandmoll. An deiner Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie holen eine Medaille. Dieses ganze Geschwätz von der Überlegenheit der arischen Rasse wäre doch dann nicht mehr zu halten. Es gibt nur noch Marie, wie soll ich sagen? Irgendetwas aufgefallen? Nein. Ich wollte es Sie früher sagen. Wer weiß noch Bescheid? Warum brechen Sie mir nicht gleich die Beine? Sie wollen mich doch gar nicht in Berlin. Du wirst dich jetzt doch wohl nicht unterkriegen lassen, hm? Also, zeig sie Ihnen. Sie sind eine große Hoffnung für viele Gretel. Die Böden. Die Böden. Die Böden. Die Böden.